Ein neues Kita-Gesetz, weniger Bürokratie und vor allem ein besserer Betreuungsschlüssel. Viele Erzieherinnen und Erzieher seien ausgebrannt und hätten nur noch wenig Zeit für die Kinder. Wir brauchen wirklich gute Rahmenbedingungen, dass wieder der Beruf als Erzieherinnen und Erzieher interessant wird für die Menschen. Und sie gerne in die Kita gehen und nicht überlastet werden oder ausgebrannt sind, sondern wirklich auch gerne ihre Arbeit machen. Und die Erzieherinnen und Erzieher sind motiviert, aber durch Rahmenbedingungen, den Langzeiterkrankungen, auch so andere Erkrankungen, die dann Ausfallzeiten und andere müssen es mitdecken dann. Das Brandenburger Bildungsministerium wollte sich zu dem Protesttag und den Forderungen des Bündnisses auf RBB-Anfrage nicht äußern.